Okay, wir gehen rein, Chat. Garten von Banban 2. Wir haben den ersten Teil schon gespielt. Das Horror-Game war ehrlich einer zu viel ein bisschen. Bruder, diese Musik alleine schon. Digger, die Musik ist schon zu viel. Ich sag euch ehrlich. Für ein Kind, die schauen, für ein Kind zu vermitteln. Schalt, time is a delicate matter. Click on the clock. Was passiert da? Die Zeit vergeht, wenn ich draufklicke. Ist es dunkel? Spawn jetzt da, wenn es dunkel ist. Der Klassiker, Bruder. Ach, lol. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Wir sind hier von diesem Monster angegriffen worden, aber es ist gestorben. Ah, ha, ha. Das ist der Arsch von dem Monster. Lol. Ist hier sonst noch irgendwas im Raum? Nee. Okay. Okay, wir können durch diese Tür. Lol. Was passiert hier? Okay. Leckt es? Leckt es, Chat? Ja oder nein? Leckt ein bisschen. Ja, ich sehe es. Bei mir nicht. Deswegen ist ein guter PC gut. Ja, jetzt viel besser. Okay. Warte, womit... Ich brauche nochmal Steuerung. Womit hole ich die... Man-to-Drone-Teleport-Drone. Ach so. Ist das die Drohne? Ja, fahren wir dagegen, Digga. Ah ne, ich brauche irgendwas, oder? Hallo? Hä? Ich habe jetzt diesen Knopf. Wofür kann ich den benutzen? Warum sagt er die ganze Z1-1? Hä? E-Interact-Sprint-Jump? Warum geht das nicht auf, Chat? Ich brauche irgendwas. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es. Oh mein Gott, ich glaube ich habe es. Okay. Okay. Dieser Sound gefällt mir gar nicht, warum ist hier... Digga, das sieht ja aus wie bei meiner Oma im Ghetto. Da war ein Zettel, den ich nicht gelesen hab. Ich lese keine Zettel. Kann man hier runterfallen? Nein, oder? Doch, kann man. Digga, wie jetzt? Bin ich... Ja, wiederbelebt mich. Ich dachte, man kann da nicht runterfallen, wie dumm. Wer stirbt denn da? Okay, ich bin da gestorben. Aber nicht nochmal. The things we've done. Spaß, als ob ich das lese. Aber was hab ich gedrückt? Oh no. So ne... Hä? Ah! So ne Lichter angegangen. Das ist ja gar nicht gruselig. Aber ich stell mich schon auf was gruseliges ein. Nein! Warum kann meine Drohne nicht... Okay, das bringt mir gar nicht. Ich... also... Ich kann's hier nicht aufmachen. Was ist das hier? Durchgemacht? Ah! Ich kann hier drauf drücken. Aha! Wow! Aha! Ah! Komm Selector, hier sind mehrere Räume. Hier ist ein Elevator... Elevator... Es gibt einen Aufzug zu Erfolg, aber Treppen sind eine gute Übung. Ist hier irgendwas versteckt? Ist real. Real. Okay. Okay, ich geh mit Treppen. Geht das? Das geht nicht auf. Aber hier geht irgendwas. Is real and it's coming. Bruder, was ist real und was kommt? Nicht auf mein Gesicht, oder? Jetzt geht's auf. Ah! Habt ihr das gesehen? Wallah, da war irgendwas Blaues. Habt ihr das gesehen, oder bin ich dumm? Bin ich dumm? Kann sein, dass ich dumm bin. Digga, hier kann doch auch irgendwas sein. Hey, nein, bitte kann ich gar nicht hier. Hey! Was? You there? I can see you on the cameras. That's more. I am so happy to see you. And I need your help with something. Was? Wait, can you even hear me? Yes. Hello? Yes. Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Where is camera? Ah. Yes. Yes. Here. Hello! Oh, thank god. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers have the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well and I can open it from here. But I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. What? Oh. Er hat mir die Tür aufgemacht, der Typ. Hier ist irgendwas. Ein Dildo, oder? Irgendwas? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Emergency Alarm. Ein Kuchen! Wir waren eine Geburtstagsparty. Der Kuchen wurde aber einfach nicht gegessen, Digga. Ich kann jetzt wieder meine Drohne holen. Ja, Digga. Und das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Jetzt geht's wieder. Da ist das Ding. Oh, ich hab's vermisst. Das geht nicht auf. Uns fehlt anscheinend irgendwas. Hier kann man eine Kassette reinmachen, aber ich hab keine. Wir haben nochtapen. Oh, die gut olden Drones. Ich habe meine ein paar Wochen später. Maintenance workers benutzen sie für all sorts of things. Like, reaching high places, und grabbing things that fell into the abyss, und manchmal auch für comfort. Okay. Es ist gut, dass du einen hast. Es ist gut, dass du einen hast. Es ist in unserer kleinen Conundrum. Take a look around, und sehen, ob du kannst du in die Maintenance Room. Ich bin nicht sicher, ob es ist, es kann mit viel Hilfe sein, aber warte an die Kameras, wenn du meine Inhalte brauchst. Maintenance Room. Okay, ich muss irgendwie in den Maintenance Room. Ist das? Da ist der Maintenance. Maintenance Room. Meet the Family. Ban Ban. Oh, Digga, das sind... Warum sieht der hier so groß? Ich schwöre auf alles. Das sind genau diese dreckigen blauen Beine, die ich gerade eben unten gesehen habe. Der verfolgt uns. Ich sag euch, der linke hier verfolgt uns, der blaue. Schnell, give me the maintenance room, äh, Dings irgendwas. Kann man hier irgendwas benutzen von den Sachen hier? Versuch hier den Knopf zu drücken. Ne. Ah! Drone Customization. Ach lol. Ne, das juckt nicht. Warte doch, wir können ihm was aufsetzen. Santa Head. Cowboy Hut. Ja! Wo ist er? Wo ist er? Hat er einen Cowboy Hut jetzt? Ne, hat er nicht. Wo ist dein Cowboy Hut, Junge? Doch! Da ist ein Cowboy Hut drauf. So ein ganz kleiner einfach nur. Digga, ein extrem kleiner. Digga, ich hab Angst vor diesem blauen Monster. Notice, you expected to punch in from lowest to greatest. Kann ich hier gegen knallen? Muss er... Oh mein Gott! Hat er irgendwas gemacht? Das geht immer... Irgendwas hab ich aufgemacht oder so, Chat? Sonst hätt es kein ... Gemacht. Irgend die ... Irgendwas muss ich doch gemacht haben, oder nicht? Nee, hä? doch ... bei den Tischen gehts... Ich probier alle aus. einer geht vielleicht das hat geklappt und jetzt muss man das in der reihenfolge machen vielleicht so in der reihenfolge chat ah hier ranglist draw dann kommt waverley drew waverley from lowest to greatest wir waren bei rahul jetzt kommt shaver rahul ist die 9 dann kommt shaver 7 9 vielleicht ist das ja 8 dann ist das hier 7 vielleicht andersrum 9 8 7 das könnte auch noch sein 9 8 7 du musst auf farbe gucken rahul ist aber steht bei blau you expect punch in from lowest to greatest from lowest 4 zuerst dann kommt 6 also erst rot dann blau rachel ist als nächstes rachel ist bestimmt hier ja ich glaube ich weiß es jetzt was so jetzt der hier höh ja ok warte warte taktik hä hä hey siri dankeschön für den zap im ersten so und nicht anders digga das war ja falsch ach ne stopp jon ist der erste johann kommt zuerst weil er nur 3 hat dann kommt drew ich check's der hier kommt als erstes boah jetzt check ich's chat der und jetzt der hier ja und dann nach 4 kommt 6 rachel das muss der hier sein oh mein gott ich bin so gut dann kommt nach 6 kommt 7 shaver shaver oh mein gott nach 7 kommt 9 rahul waren wir hier schon ich glaube dass der hier jetzt ja nach 9 kommt 10 maizam der ist bestimmt afghaner oder so hörst du an maizam nach 10 kommt 12 12 heil hitler was warum steht das da aha was zur hölle ich hoffe dass nicht die abkürzung dafür hoffentlich heißt der hamed harry hamed oder so 12 muss der hier sein oder guck nochmal genau aha der hier muss das sein ok äh 12 nach 12 kommt 22 rivoli hier alles richtig mach auf dem enten hier ins room ich hab's verdient ah was hab ich denn ah die tür ist aufgegangen hier ist ja gar nichts warte das war die grüne karte äh ich hab Angst dass da irgendwer irgendwer kommt mach auf schnell jetzt mach auf oh nein es ist okay es ist okay zu have no friends und be miserabel like me ey nerv mich nicht man du machst mir eins dieser blaue sheriff treat others treat others how you would like to be treated with respect yes i may be slow but i am quick to help anyone in need that's small mach auf äh das sieht gruselig aus oh nein digga ich sehe hier nichts komischerweise warte oh digga das ist irgendwie digga irgendwie ist das gruselig chat das ist wie so ein labyrinth oder rind naja hier ein bisschen angst uns erfolgt doch keiner oder? oder? ne naja easy geschafft ich hab's geschafft oh digga hä? wofür bin ich jetzt hier hä? ah hier kann man gegen knallen knall mal hier gegen bitte mach mal erstmal knall mal hier gegen bitte was passiert jetzt? irgendwas muss passiert sein irgendwas ist jetzt passiert hä? hier ist ne karte da kann man so einen film abspielen irgendwas hab ich doch jetzt gemacht oder? muss ich wieder zurück? kann ich mir nicht vorstellen irgendwie hä? kann ich mir nicht vorstellen dass ich nochmal zurück muss chat hier in den raum ja aber die tür ist doch zu du kann ich dagegen knallen? nein ich kann glaube ich gar nicht dagegen nee ich kann nicht dagegen knallen ich kann nur dagegen knallen ich hab irgendwas hab ich auf jeden Fall gemacht mach kaputt mit hammer geht nicht ich glaub ich muss wieder zurück ich glaub ich muss wieder zurück ähm pink heißt falsch rum blau heißt richtig rum ah blau ist richtig rum jetzt check ich das und pink heißt immer falsch rum ist ja einfacher so ist ja viel einfacher so ich glaub auf ernst ich muss wieder zurück chat ich glaub auf ernst ich muss wieder zurück chat diga jetzt wo ich das weiß ging es so schnell vielleicht bin ich jetzt im maintenance room irgendwas anderes nein du musst das glas kaputt machen aber ich kann doch nicht einfach glas kaputt machen oder? nein damit du musst das glas kaputt machen du musst die drohne dahin steuern sie geht nicht dahin das blockiert nur gelbes grad geht kaputt das ist gelb ok er ist falsch gemacht ich dachte blaues achso ja stimmt jetzt muss ich hier blau lang aber ich gehe hier rüber aber ich kann nicht in den letzten Jahren Achso, jetzt ist er genau andersrum. So kompliziert, ne? Okay, ich muss das gelbe Glas kaputt machen. Geht nicht. Drück E und übernimm deinen Hammer. Es gibt kein Inventar oder so. Nee, ich wusste, dass das falsch ist. Geht nicht. Ich knall nochmal. Irgendwas hab ich aufgemacht. Von der Seite auf den Knopf geht nicht. Das soll schon zu sein. Ich hatte einfach recht, Mann. Ich hab auf Chat gehört. Chat, Mann! Wegen euch! Ah, ich hab doch hier ein Tape aufgehoben. Man kann das abspielen. Auch von der Seite auf den Knopf geht nicht, Bruder. Bitte. Du hast doch gesehen, dass das nicht geht. Das war dann nicht so. Ich bin gerade falsch gegangen. So, blau war richtig, pink war falsch. Blau richtig. Pink falsch. Ahmet, du musst sie mal springen. Uwo, du kriegst gleich Spannung für immer. Ahmet, geht zur Cam und winkt. Er gibt dir einen Tipp. Ich spiel erst mal das Tape ab, was ich bekommen hab. Ich hab Angst vor diesem blauen, ich hab Angst, dass ich zu lange brauche und der gleich kommt. Schnell das Tape. Schnell das Tape. Hä? Hä? Boah, was für ein komisches Tape. Digga, da liegt einfach einer. Ist das unser Brr? Da liegt einfach einer, Digga. Bro, ist er am Schlafen? Oh mein Gott, Digga, ich hab mich erschrocken von dem Schatten, von dem Stuhl. Ist ausgegangen. Ist ausgegangen. Oder, ich hab Angst. Hilf mir, Kameramann. Der Kameramann antwortet mir nicht mehr. Der Typ war das. Der da tot lag. Und, also, der ist, das Rotheil ist immer noch. Kameramann, du musst mit den Brunnen ein bisschen neben es drastlücken. Wir müssen mit dem Brunnen ein bisschen neben es drastlücken. Und, also, der ist es sehr wichtig. Ich bin ein Schlafen und ein Schlafen. Was ist jetzt das? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? ich bin so gut in diesem labyrinth geworden okay ich versuche es jetzt mit daneben drücken es hat geklappt oh ist das falsch komm mal hier hin komm mal erstmal hier hin jetzt mach mal krass entschuldige mich bei denen der das reingeschrieben hat es hat jetzt irgendwas offen unten jetzt haben wir irgendwas gemacht was passiert chat die tür geht nicht auf ich will nicht zurück eigentlich ich habe Angst Leute ich habe irgendwie das Gefühl ich werde jetzt gleich verfolgt was auch ein paar in den Chat geschrieben haben und das wird dann Sinn machen warum man sich hier konzentrieren muss aber das war falsch rum direkt pink ist immer falsch rum merken Hamid die Angst ich jetzt verfolgt werde es ist zu leise pink ist immer falsch rum ich wette wir werden hier noch einmal verfolgt mindestens pink ist immer falsch rum Hamid pink ist immer falsch blau ist richtig hallo 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 habe ich hier irgendwas geöffnet damit hast du alle drei Knöpfe gedrückt mit der Drohne es gab doch nur zwei gab es drei nein auch in der Mitte ey Bro wie dumm bin ich als ob da noch ein dritter Ding war am Tisch war eine Ki-Karte die haben wir da scheint keine zu sein ich sehe keiner war das Cap-Shit Chat? da war nur zwei da war nur zwei da war nur zwei hmmm guck mal am Tisch habe ich schon am Tisch war ich schon Hartheit ist was Jürgen Hier waren keine drei Knöpfe Digga, das ist aber richtig komisch Irgendwas haben wir aktivieren müssen Wenn wir die aufgemacht haben Wenn wir die beiden Knöpfe drücken Es muss irgendwas aufgegangen sein In der Mitte Da ist noch einer, den man nicht sieht, oder was? Er muss hier wieder zu mir Ist da einer? Alter, respektlos Einen, den man nicht sieht Einfach, Chad Warum steht tabu? Da ist die Karte Was ist hier? Ich hab einen Aquarium! Ich hab einen Aquarium! Oh, mein Aquarium! Alter! Ich hab' von oben... Digga, wieso ich das hinbekomme? Oder mach nicht direkt, bitte. Ich muss, glaube ich, schnell laufen. Okay. Lila ist falsch rum. Hä? Warum geht es nicht los? Ich muss die Karte noch einsammeln. Lila ist immer falsch rum. Und go. Jetzt los. Tschüss. Alter, ist das schwer. Ey, Diga. Wie soll das denn gehen, Bro? Ey, wie schwer. Alter. Mein Herz. Bruder, das ist echt schwer. Okay, links. Diga, ich sehe nichts. Aber guck, ich sehe nicht, wo das Ende ist von dem Ding. Ich sehe doch das scheiß Ende nicht, du. Ich stelle jetzt die Helligkeit hoch, ihr habt recht. Settings, Brightiness. Brightiness hochgestellt. Das war clever. Jetzt wird's schwer. Bitte, komm schon. Ich habe jetzt diese kacken Musik. Ich sehe es jetzt so ein bisschen. Ne, ich sehe es immer noch nicht. Ich sprinte, ich sprinte, ich sprinte die ganze Zeit. Mit Helligkeit am PC hochstellen. Als ob, geht das überhaupt? Ist schon auf Maximum. Ey, Diga. Warte auf Licht. Ja, moin. Ja, moin. Ich sehe es immer noch nicht, ich sehe es immer noch nicht, aber da ist kein Ende einfach. Ich laufe doch, blau ist richtig rum. Blau ist richtig rum. Ich laufe richtig rum. Aber da ist immer eine Wand einfach. Guck, ich zeige, wir gucken, wir gehen jetzt einfach. Wir probieren es jetzt einfach so. Ob das irgendwie random ist oder so. Okay, ich laufe hier links lang. Das klappt. Dann laufe ich hier rechts lang. Das klappt. Dann laufe ich hier links lang und das klappt dann immer nicht. Jetzt klappt es auf einmal. Komisch. Komisch an. Aber du schaffst das. Aber du schaffst das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Künja. Ich habe es doch geschafft eigentlich. Junge. Du bist pink gegangen. Pink ist falsch. Als ob ich bin falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Warte im Raum. Ja, moin. So komme ich am besten zum Ohr. Alle sagen, warte im Raum. Ich mache es mal. Alle sagen, warte im Raum. Und was drehen mir das jetzt? Und los. Ich fange jetzt auch direkt. Nein, das ist genau dasselbe wie sonst auch. Der Blau ist richtig. Ich hätte es gerade falsch gelacht. Oh mein Gott. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Die Karte ist vor oben. Samurai, bitte sei doch nicht so dumm. Oben kann man gar keine Karte benutzen. Wir haben das Wettrennen einfach so aus Spaß reingemacht. Eigentlich muss man das gar nicht machen. Das ist Rechtsanwurde. Eigentlich kann man oben einfach rein. Direkt. Okay. Bruder, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Das ist viel schwieriger als der erste Teil. Und das ist echt schwer. Von einzem schwer, wie schwer ist das? Ich sage dir ehrlich, acht. Ich sage dir ehrlich, acht. Und let's go. Boah, Dankeschön, Sippy Kurt. Ach, der Gerber, oder was ist das für ein Name, ja? Aber Dankeschön. Links, rechts, links, links. Weiter bist du nicht gekommen. Es geht nicht darum, Digga. Manchmal ist es einfach... Manchmal ist es einfach zu schnell. Das ist echt schwer, das Spiel. Also, Real Talk. Er ist links. Boah, ich gucke jetzt, wie jemand anders das macht. Ich will sehen, wie jemand das anders das macht. Garten auf Bahnbahn 2. Hier hat das schon irgendwer gespielt. Zeig mal her. Wie hat er das gemacht? Alles klar. Frohnehm ist mein zweiter Name. Hey, mein Freund. Komm mal hierher. Was... Was... Höh? Hält einfach nicht. Gehen wir mal hier hoch, weil wir können nicht unten durch... Er hat das gesehen. Ey. Er sieht das. Was ich nicht gesehen habe. Yellow Grass is a breakable material. The talk cannot be direct. Kein... Qualität runter, genau. Oh no. Mmmmm. Wenn man noch wartet. Settings. Shadow quality. Best. Oops. jetzt ist es dunkel da warum es bei ihm settings brightness bei ihm war trotzdem heller ich auf alles bei ihm war heller 50 heißt dass sie pan und spitznames hippie deshalb der name graphics texture anti alliasing digga bruder ich kann nichts mehr sehen perfekt jetzt ist es hell jetzt ist es hell oh mein gott digga viel einfacher jetzt verkalkst du trotzdem ich war nicht schuld die einstellung vom spiel war schuld seid ehrlich damit erster versuch ohne diese scheiß einstellung ok wir haben es geschafft anscheinend was jetzt schnell weg was ist jetzt los hier lang was denn hier los was ist das denn warum bin ich runtergefallen 3 birds with 1 stone i get all of your keycards i get the perfect specimen and i don't have to deal with that thing down there and it's all thanks to you du klaut mir meine karten oh come on i didn't eat you that hard or maybe i did either way it's best you take a nap while i prepare for our little surgery er klaut meine sachen verrieter chat oh mein gott digga er hat meine sachen einfach geklaut bruder was soll der scheiß your keycards have been taken away und jetzt bin ich in irgendeinem raum wo ich vorher noch nicht war mach das kaputt das geht nicht ach das hier ich bin dagegen digga aber du musst doch erstmal hier hinkommen und jetzt dagegen ich bin dagegen ey digga diese scheiße hier ne ey und jetzt dagegen habe ich 도анс Uno den 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 die den ist einfach kaputt, ja. Die ist dumm im Kopf. Flieg du mal dahin. Flieg mal dahin. Und jetzt dahin. Oh nein. Digga, das wäre so clever gewesen, dachte ich gerade. Hat leider nicht geklackt, der Trick. Alter, von dort ist Glas kaputt machen. Oh mein. Alter, Genie. Genie, Chat. Da bist du in den Chat. Okay. Was habe ich jetzt? Lichter gehen an, aha, aha, aha. Kann ich das hier kaputt machen? Geht leider nicht, okay. Kann ich das hier benutzen jetzt? Nein, kann ich nicht. Okay. Hm. Was habe ich jetzt? Ja, aha. Kann ich jetzt runterspringen oder warum? Irgendwie habe ich den Drang, jetzt einfach runterzuspringen. Allah, ich bin gleich. Ach, okay. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben, Digga. Ich bin gestorben, Junge. Warum springe ich auch immer runter, Mann? Warum springe ich auch immer runter? Ohne Sinn. Oh nein. Oh nein. Ich muss es wieder machen, aber ich weiß, wie es geht. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Let's go Okay Nicht runterspringen, Hamad Jetzt brauche ich eine grüne Karte Woher kriege ich die? Die Tür geht nicht auf Das hier Geht leider auch nicht auf Vielleicht ist sie irgendwo Unter dem Ich höre irgendwas Kommt da irgendwas? Ah Ich hätte einfach nur warten müssen Ah, okay Oh ne, Digga Letztes Mal lief das gar nicht gut, als wir in so einem Ding waren Ich weiß noch ganz genau Jetzt bin ich wieder dasselbe Wie letztes Mal Okay Dieser Banban ist tot, dieses grüne Monster Immerhin Das heißt, es gibt auf jeden Fall keine riesigen Monster mehr Warum sieht hier so seltsam aus, Digga Jetzt wäre ich im Himmel oder so Den kann ich hier nicht benutzen Hallo Das ist Bambans Leiche Hä Digga, warum ist hier eine Kanone? Bruder, hä? Das sind die anderen Monster Selbst er Von eben, oder? Nee, das ist der nicht Loll, die wurden hier getötet Die wurden hier getötet Die strength before extraction Geht's ihr gut, mein Bro? Er chillt hier anscheinend Ist hier irgendwas, was ich aufsammeln kann? The machine needs a certain liquid to operate Ich brauche irgendeine Flüssigkeit Oh nein, Digga, ich habe das Gefühl, ich muss einem Monster Seine Flüssigkeit entnehmen Und zwar so ein grünes Geht's noch anscheinend Lebt es noch? Das brauche ich halt nicht Ich brauche das grüne, glaube ich Oder von allen Ach, ich muss von allen Okay, jetzt check ich's Oder wenn sich einer von denen bewegt, ne? Bleibt alle still stehen Habe ich genug? Okay, nee Das war nicht genug Jetzt vielleicht? Immer noch Hä? Oh nein, Digga Oh nein, Digga Ich habe das nur die ganze Zeit gelesen, nein Nein. Das läuft flüssiger, das spielt so. Und es ist heller. Jetzt muss ich die Spritze wiederholen. Junge. Das war nicht mehr normal. Eins? Ich gehe da nie wieder lange in meinem Leben. So, da hinten gehe ich ganz bestimmt nicht mehr lang. Ne. Ich muss hier genau alles durchgucken. Eins fehlt noch. Child, Baby, Fish. Hä? Oh, Dicker. Ah! Ich muss mit der Kanone auf den Großen schießen. Aber wo habe ich dieses Pulver für die Kanone? Geh nicht zu dir, Bro. Nerv nicht. Ist das hier irgendwo? Ich brauche Pulver für die Kanone. Und dann knall ich ihn ab. Irgendwo hier muss Pulver für eine Kanone sein. Vielleicht in dem Main-Raum? Eins fehlt noch. Wo kriege ich Kanonenpulver her? Das Auge vor dem Main-Monster. Da gab es ein... Hier. Nee. Gute Idee gewesen, aber klappt nicht. Vielleicht hier? Auch nicht. Bei ihm auch nicht. Bei ihm hier? Das mit den Augen funktioniert nicht. Das mit den Augen funktioniert nicht. Ich brauche irgendwoher Munition. Um ihn abzuknallen. Die G ist einfach... Als ob das nicht funktioniert. Vielleicht irgendwas? Da! Was hat mir das gebracht? Kann ich jetzt das Auge aufheben? Nee. Mit deiner Drohne? Meint ihr? Vielleicht mit der Drohne dagegen. Komm mal hier hin, bitte. Und jetzt... Hier hin. So weit weg? Nein. Da. Jawohl. Und jetzt hier gegen. Komm schon! Oh, ich dachte, das funktioniert. Ich muss die Drohne gegen sein Auge fliegen. Von wem das Auge? Von dem hier? Von dem Riesen. Oh nein, Digga. Ich muss näher ran. Es reicht immer noch nicht. Wie dagegen? Digga, es reicht immer noch nicht, Digga. Ich will nicht näher dran. Nein. Ich glaube schon. Das muss doch reichen. Digga! Ich sterbe gleich wieder. Jetzt hat sie geklappt. Oh, mein Gott! Oh, du sagst du... Nein, ich denke, es ist ein Auge jetzt. Do not cross Mal gegen sein Auge Hier Jetzt kann ich gehen, oder? Nein Ich dachte, jetzt kann ich gehen, Digga Ich dachte, jetzt kann ich gehen Ich hätte schnell Blut abnehmen müssen Achso Meine Seele, Bruder Das ist echt zu viel für meinen Körper Das ist auf Ernst, Chat Zu viel für meinen Körper So, alle aussaugen erstmal Digga, das fühlt sich auch schon so falsch an So eine fette Spritze Er liegt einfach wie so ein Penner hier Okay, let's go Und dann machen wir das Unmögliche wieder möglich Können wir mal gegen Ah, ich glaube, wir müssen ihn sogar einmal wach machen Mach auf Denkst du, kannst du mich packen, hä? Das ist so dumm Kram mal jetzt gegen sein Kram mal jetzt dagegen Dann nehme ich schnell Blut von ihm Dann machen wir mal jetzt dein Auge zu Jetzt Ab Ja Oh mein Gott Da müssen die Chatjungs Rein Und jetzt alles reinstecken Oh Das fühlt sich so gut an Mach voll, ja Jawohl, Junge Ja Stirb Die Eier lecken, Junge Farben, Junge Oh Hab wir getan Ist ja dumm Wiss ich mal Geh da nicht rein Schnell 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 Ich hab irgendwas gehört Eine pinke Karte Jawohl Da ist irgendwas Rotes Ich will's eigentlich haben Ich hab's Ich hab's Und raus hier Ach die Tür Ja Schnee Wir sind doch da hinten lang gegangen Oder Oder wo sind wir lang gegangen Ich weiß gar nicht mehr Hä Ja Von rechts sind wir gegangen Mach mal jetzt geradeaus bitte Ah ne Ah ne Hier Sieh mal geradeaus bitte Ja jetzt ist hier die Tür offen Direkt oder links Ist doch egal oder Okay Irgendwas Brauchen wir Ne Das brauche ich nicht Aha Da unten So ich knöpfe Ah muss ich erst die anderen da machen Weil er Äh Ich muss erst die hier machen Jetzt den Jetzt äh Welcher jetzt Der Geht nicht Geht's jetzt Also das nicht geht Hä Das muss jetzt gehen Ja Jetzt hier nochmal Und dann Haben wir's Hier oben ist offen Ne ist nicht Ich hab jetzt alles die Knöpfe gedrückt Hä Was ist das denn Digger Warum ist das hier gespawnt auf einmal Das war hier früher nicht oder Ich könnte auf alle schwören Das war hier früher nicht Digger Was sind das für Sachen hier Tür ist offen Der Gang ist viel zu lang Der Gang ist viel zu lang Chat Ich muss durchlaufen Oh mein Gott Mach auf Geht nicht auf Weiter Oh Schöner Was ist das denn Stop Go Hä How to survive A giant snack attack Auseinander Augen Go Stop Wenn sie dich angucken Okay Merk ich mir Falls mich eine riesen Schnecke angreifen sollte Sinn Was denn Was denn Jetzt hier wahrscheinlich, oder? Mach auf, die Kacke! Ah! Was findest du von mir? Hä? Bruder, woher? Woher kommt das? Soll ich dran vorbeilaufen, oder was soll ich machen? Soll ich dran vorbeilaufen, oder was soll ich machen? Was erwarten die von mir? Der kommt gar nicht. Der kommt gar nicht. Oh mein Gott! Quick, in here! Ja, ich komme! Ah! Hilf mir! Weiße Frau, hilf mir! Komm, viel zu, weiße Frau! Ah! Äh... Sind sie nett? Alles! Ich will euch alle willkommen willkommen, unseren neuesten Studenten! Hier ist doch gar keiner! Sie ist verrückt! Das sind keine Menschen! Schnell, schnell, schnell! Hält es mal, hält es mal! Hält, sie ist dumm, sich redet mit Basketball! I don't want to sit, Amanakoum, ya! You dumb! You stupid! Yes, no! I don't sit! What now? You dumb? I don't! Where do you think you're going? Amanakoum, ya! Weil ich mich nicht hingesetzt hab! Weil ich mich nicht hingesetzt hab! Ich hatte eh schon mal Angst vor Schule, ne? Ich hatte eh schon mal Angst vor Schule! Das ist meine Biolehrerin! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Jetzt sit, damit wir beginnen können! Ja, okay, ich sit, ich sit, okay! Okay, Klasse! Also, die erste Lässe des Tages ist Math! Ammen, Schule einfach jetzt! In den Kursen des Semester, wirst du lernen, wie man die anderen zu verhindern, wie man sicherlich zu erinnern, wie man die Menschen zu essen kann, und... Oh, warte! Ich habe einen Fehler gemacht! Ich glaube, das ist ja nochmal 4 Nummer, ich denke, das ist es Teil Nummer 4! Für Math! Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply und so much more! I am so excited! I am so excited! I am so excited! Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123612 plus 981939912 and remember, WRONG ANSWERS diagnose Was ist das Tape, um zu antworten? FROG! WRONG! Bruder! Was hab ich gemacht? Warum hab ich Frosch gesagt? Ich wollte nicht Frosch sagen. Du musst auf Really Smart klicken. Jetzt check ich es. Ich klicke hier drauf. Really Smart Kid, Smart Kid. Ich klicke erstmal auf Smart. Nee, Really Smart Kid muss ich direkt, oder? Smart Kid oder Really Smart Kid Chat? Was muss ich drücken? Ja, Really Smart. Für Math. Over the course of the semester you will learn to add, subtract, divide, multiply and so much more. Okay. I am so excited. Before we start. Okay. Let's revise some of the basics. Yes. What is 6 8 7 4 1 2 3 6 1 2 1. Wait, I say you. 9 8 1 9 3 9 9 1 2. And remember, wrong answers will be very harshly punished. Yes, I know. Shut up. 7 8 5 6 0 6 3 5 2 4. Correct! You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? Correct! Wow, I thought everyone would get it wrong. Alright, last question before your lunch break. What is Misery plus Disappointment? My life. Correct! Unfortunately, that's all the time we have for math for the day. Go to your lunch break and then we'll start the next lesson when you come back. Okay. Lunch break. Oh my god! Okay, digger. Warum ist hier alles so verrückt, alter? This is my lunch break? Jim, get us. Oh, ich glaube ich habe ihn bekommen. Geld! Diese Basketwelle sind ja echt! Warum kann ich die Kaugummi sammeln? Verstehe ich nicht. Kann man die umkicken? Nee. Da ist auch noch Kaugummi. Die ist auch noch Kaugummi. Warum ist hier eine Brünne? Ist noch irgendwo Kaugummi? Warum ist hier eine Brünne? Ist noch irgendwo Kaugummi? Please save your friend. Okay. Oder was geht hier ab? Digga, hier ist einfach eine Geschichte gerade passiert. Oh mein Gott. Und ich kriege dafür eine Brünne. Es geht weiter. Schnee! Hallo! Attention, everyone. This announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Ja, will ich. Ich will zurück. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. Nein! Wenn du siehst, zählst sie auf der Prinsipal Ban-Ban's office sofort. Hey! Was haben sie mit ihnen gesprochen? Nein. Oh, was soll ich sagen? Du bist eines der coolen Kinder. Natürlich, du bist nicht mit der coolen Kinder wie sie. Was? Schau mal mit den coolen Kinder. Wo sind Sie? Nein. Kann ich hier sitzen? Ich kann nicht. Ich muss hier sitzen. Okay, Kids. The next lesson is science. Okay, science. Like we did for math. And since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. Class clown gibt's jetzt loud, kid pop, you like it's you live. No talking, no breathing, no moving, no asking questions and no washroom breaks. Okay. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to their view. Let's start with something easy. How hot is the sun? How hot is the sun? Sea life lover. Stingerflam! Nein! Wrong! I'm gonna kill you! How hot is the sun? Wer antwortet darauf richtig? Der Bekannte? Der Bekannte? Der Bekannte? Der Bekannte? Der Bekannte? Der antwortet auf... How hot is the sun? Richtig, Chad. Glas clown? Very hot. Very hot. Very hot. Gut, das ist schwierig. How hot is the sun? Loud, kid? Popular? Or class clown? Glass clown, sagt die Chad. Okay, kids. The next lesson is science. Guck mal, wie meine Drohne in der Nordicona ist. Hä? Digger. Okay, ich mach class- Ich mach class- class clown, wenn nicht, dann popular. And no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very very harshly if you break any of those rules. Okay. Let's start with something easy. How hot is the sun? Let's start. I'm so funny! Wrong! No, I'm a nice thing! Chat hat falsch gesagt. Ich glaub dem Chat nicht mehr. Jetzt schreiben alle popular. Take a seat with the cool kids. Yes, I understand. Warum muss sie denn immer 10 Jahre auch noch diese Sachen erklären und so? Okay kids, the next lesson is science. Yes, the next lesson is science. Let me introduce you my ugly ass. The next lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. No. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? Here, C-Live. Stinger Flynn. Correct. Stinger Flynn, I heard you wrong. That's half right. Since Stinger Flynn is close to an octopus, he's a jellyfish. Okay. But, I'll allow it. Since you're a cool kid. Let's count on the low kid. Normal octopuses have three hearts. We humans have one. And Stinger Flynn has... I'm not sure actually, but let's move on. Okay. Next question. We have five senses. Sight, smell, taste, touch, and... Let's count, please. I'm so funny. Wrong! Ist das alles richtig gut. Bruder, alles richtig gehabt bis das letzte. Laut, Kid hätte es sein müssen. Warum kommen immer Buchstaben? Das frage ich mich. Was heißen diese Buchstaben? Okay, popular, C-like, loud und darkless clown. First classroom, vor allem wieso bestraft sie eigentlich? Was sagen ja die anderen? Ja, ne? Ich werde immer bestraft. Ohne Sinn, wenn man mal überlegt. Nothing is hot as me. Ja man, richtig lustig. Okay. 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 Next question. How many hearts does an octopus have? Stingerflint! Correct! Hmm, that's half right. Since Stingerflint is close to an octopus, he's a jellyfish. But I'll allow it, since you're a cool kid. Normal octopuses have three hearts. We humans have one. And Stingerflint has, um, I'm not sure actually, but let's move on. Next question. We have five senses. Sight, smell, taste, touch, and... Ahhhh! Correct! Oh! You just made me use my fifth sense. Close enough. I'll allow it. Unfortunately, that's all the time we have... Digga, so krass, ne? Go on to your second break, and then we'll start the next lesson, when you're ready. Bruder, es gibt nochmal eine Lesson, Digga. Die ist verrückt, ja. Die ist verrückt, Bruder. Es passiert schon wieder hier Krieg mit irgendwelchen Sachen. Was ist mit euch los? Ich hab euer Geld genommen. You want to join us, Punk? Give me some lunch money. Okay. Borrow more money to join them. Oh, Digga. Ich brauche noch mehr Geld, Leute. Ich hab nichts mehr. Ich brauche noch mehr Geld, Leute. Kriege ich dein Geld? Geld. Geld. Hat noch mehr Geld? Hier. Okay. War ich das? Ja. Es geht weiter. Aha, nochmal rutschen, schnell. Schnell rutschen. Okay. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Digga, ich kenne so viel Angst. Drei neue Kinder in einem Tag? Ich bin schon wieder ein neuer. Ein unpopularer Kind? Yuck. Ein cooler Kind? Und ein meaner Kind? Willkommen. Sit auf der Seite auf der Seite, wo du gehst, damit wir beginnen können. Okay. Oh, Digga, ich bin sehr nah an ihr dran, ne? Das gefällt mir nicht so. Okay, Kids. Die nächste Lasson ist... ...Health and Kindness. Unkind Money-Taker. Was? Es wird nur eine Review-Lesson sein. Was? Was ist das schwer? Ja, Unkind Money-Taker. Ja, Unkind Money-Taker. Ja. Okay. Minket und Pain-Giver. Okay, Minket und Pain-Giver. Okay, Minket und Pain-Giver. Nein, das war falsch. Was? 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 Oh nein. Äh, was passiert da? Warum geht die so? Sie geht so wie mein großer Bruder. Escape. Okay. Schnell. Monakim, schnell. Schnell. Mach mal, flieg mal hierhin, Junge. Du! Zu dum? Er flieg daneben, Digga! Mach schneller! Geh auf! Geh auf! Schnell! Habe! Habe, Habe! Habe, Lern! Don't snitch me escaping and I give you some gun. Okay, gimme. No! Not again! Yes. I actually tried to be a good teacher I don't care Shut the fuck up Let's move, let's move Mach auf Hey Äh Äh Capture the birds and place them in the nest Boah, ich hab das Gefühl Einer von den birds ist echt Hey Hello Can you be Hello birds Komm her, du Hund Komm her, komm her, maniac Komm her Warum ist das Licht ausgegangen? Geh mal rein hier Ist ja hässlich, bleib drinne Die Quabio stancho für den Primes Ich hab den Quabios Man kann nicht mehrere fangen, oder? Digga, warum liegen die da so komisch drinnen? Wo sind die? Da ist einer Komm her, Junge Soll die Tür nicht aufmachen, meintet ihr Da ist ne Karte Aber ich soll sie nicht nehmen, oder nicht? Ja, der eine sieht echt komisch aus Hab dich Hab dich Das ist der vorletzte, glaube ich Digga, ich dachte, diese Vögel greifen mich an und so Da ist der vorletzte, glaube ich Digga, ha? Das ist der Letzte. Den Coavius mit einem Giftsack. Den Coavius, du bist der Beste. Der Schack hat einen Körbdan. Der Schack hat einen Körbdan. Nein! Hey! Ja! Oh mein Gott, die geht zu ihren Kindern, ist sie dumm! Schnell! Und was jetzt wohl? Ah! Ich dachte, die guckt zur Seite! Die muss doch zur Seite gucken! Ich sterbe! Ich dachte, die muss doch zur Seite gucken, damit man laufen kann, Chat! Da stand doch, wenn du ein Ding siehst, beweg dich nicht! Stopp! Wenn sie doch geradeaus guckt! Voll der falsche Tipp! Ja, du musst warten, hab ich doch! Und die sterben einfach! Ich lau einfach, ist mir scheißegal! Hä? Du... Ach lol! Krass! Jetzt check ich's! Okay, ich bewege mich nicht! Nicht bewegen! Ich darf nichts machen! Auch nicht die Kamera bewegen! Ich verstehe! Hallo! Oh nein! Nein! Ich bin zu langsam gewesen, glaube ich! Ich glaube, ich bin zu langsam gewesen! Du bist tot! Ich bin tot! Okay! Ich muss schneller laufen! Aber ich kann ja nicht in meinen Rücken gucken, ist das Problem! Ich muss doch rückwärts laufen! Oder, Chat? Red ich dann auch noch mal so trennen! Und warum? Wann weiß ich dann, wann ich mich wieder umdrehen muss? Schwer! Ich hab mich bewegt! Echt schwierig! Hallo? Jojo! Reicht! Komm doch, jetzt komm! Das ist echt knapp, Digga! Ich muss doch auch gleich in deine Tür rein, ne? Bitte! Das war... Digga! Oh nein! Aber gut! Aber gut! Ich werde immer besser! Ich werde immer besser! Bruder, mein Herz, Digga! Um 2.27 Uhr ein Spiel, was Herz auseinandernimmt! Was Herz komplett auseinandernimmt! Bis nach hinten! Okay, ja, ja, ich check's jetzt! Ich check's jetzt! Hallo! Hallo! Leck Eier! Da! Okay, jetzt beim nächsten aufmachen! Schnell! Where are you hiding? Schnell! Schnell! Ja! Digga, die kommt ja immer noch! Ich rieche immer noch so'n Geräusch! Schnell! Erstmal... Hä? Muss erst nach unten anscheinend! Schnell! Ich muss Muscheln sammeln! Okay! Digga, ich höre immer noch die Schnecken-Geräusche, ne? Ich schwöre auf alles! Ich höre immer noch die Schnecken-Geräusche! 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 Immer noch eins. Irgendwo ist noch eine Muschel-Jet, wo habe ich einen übersehen? Ich hätte jetzt gedacht, in irgendeinem der Boote, das wäre so voll das... ...so übliche Versteck gewesen, glaube ich. Vielleicht hinter einem der Boote? Hier. Digga, immer noch eins, was fehlt. Was? Rote Boot. Nee. Hä? Krass, hä? Wo ist denn das letzte? Vielleicht oben, sagt er. Das ist doch safe hier irgendwo, oder? Guck auf den Schirm. Aber als ob die so eine Muschel einfach auf so einen Schirm packen, das wäre ja richtig unfair. Die letzte Muschel haben wir irgendwo übersehen. Das muss auch safe die letzte Muschel sein, ist das Ding. Hier ist keine Muschel, oder? Nein! So ein Helm, Digga. Da war eine. Neben Kanone war eine. War da eine? Alter. Yo, Alter. Respektlos. Mach auf, die Scheiße. Gute Karte. Jawohl. Okay. Digga. Ah, lol, ich hab schon verkehlt. Ja, Bruder. Das wechselt sich einfach in der letzten Sekunde. Digga, das ist geschwörter. Alles wechselt sich in der letzten Sekunde. Ich muss wieder von neu machen. Wie unfair. Digga, das geht in den Ohren. Digga, warum wechselt der sich direkt? Ich kann wieder aufhören. Macht keinen Sinn mehr. Ja. Ja, Ruhe entzogen. Jetzt warte ich erstmal. Ohhhh. Digga, ich werde immer verarscht. Jetzt gehts. Hm? Ohhhh. 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 Und jetzt. Hä? Und die sind doch eh nicht, die sind doch nicht farbig. Aber machen? Und jetzt hier, vielleicht an der Seite erst mal, und dann nach unten. Ja. Ah, lol. Jetzt auf beiden Seiten. Ja, das war jetzt drei Mal hinterher an der der, hä? Es hat wieder geklappt, okay. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Runde. Okay. Okay. Ich bin. Ich bin. Was war der, Digga? So auf der? Komm. Schnell ihn ab. Digga, noch einmal. Unten. Mach ihn. Ja, ich hab's geschafft. Woll. Lass mich weiter. Endlich. Da bist du in die Scheiß-Chat, Jungs. Slaps, Handshakes, Dings. Hä? Ah. Jetzt. Was passiert jetzt? Irgendwas hab ich jetzt aktiviert. Aber was ist die Frage? Was ist der Frage der Fragen-Chat? Muss jetzt wieder zurück, oder was? Was? Das stand hier. Muss wieder zurück, oder? Wir haben diesen Raum quasi fertig. Bitte nicht. Bitte nicht wieder die Schnecke. Schnecke ist weg. Geht Raum zu? Ist Raum fertig, Chat? Ich glaube, wir haben's. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ja. Es ist hier. Es ist dieser Raum. Es ist hier. Es ist sehr gut, deine Mäste zu retten. Okay. Liebe Mutter, ich bin... Kein Bock zu lesen. Scheiß auf dich. Spring. Spring. Bring nichts. Bring nichts. Hä? Spring? Als ob das geht. Doch. Boah, ist aber echt knapp, ne? Bin aber gut. Ich bin zu gut, um hier reinzuschleißen. Da hab ich so nen Chat. Was reingeschissen? Nein! Boah. Fuck. Wer für nen Chat, Digga? Aber es war okay. Und Spaß, fand's nicht schlecht. Meine Minecraft Jump'n'Run-Künste sind kurz rausgekommen. Aus mir. Und jetzt Chat, so flüssig wird's laufen. So flüssig wie Dünnschiss. ... ... ... ... ... Du musst ja jetzt lang dahinten. Oh, sanki ne yaptın ama? Huf! Ja, der letzte Sprung ist ja Anlauf Und Ja Ist das so ein langer Weg? Was ist denn hier los? Almost there Okay Schafft Schafft Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Spitzkopf Larry Spitzkopf Larry But someone else has them. Someone far stronger than you and me both, that resides deep in the Abyss. Oh no, you've gotta go. There's an elevator in the Pillarbird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Okay. Das Riesenmonster, mach auf! Hey! Ich bin ein Bad! Hey! 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 fourteen ich dachte hier wird bei x getroffen oder so Ich dachte, ich hab's geschafft Hä? Was soll denn bei X passieren? Ich dachte, da passiert irgendwas bei X, Chad Ja, mach mal auf jetzt schnell hier Bevor die rauskommen wieder Schnell, bitte Mach auf You've been a bad Was ist mir um am Rücken? Was ist mir? Was ist mir? Du bist, Junge! Oh! Was ist das? Das ist okay Hey! Holy shit! Ja, ich hab's geschafft. Ich hab irgendwas gedrückt. Und jetzt? Jetzt muss ich wieder zurück. Okay. Äh... Hilfst du mir? Bist du nett? Du siehst irgendwie nicht so nett aus. Ja, ich sag dir ehrlich. Nee, ich geh nicht zurück. Mach rauf, schnell. Schnell, geh einfach nach unten. Okay, jetzt kommt keiner. Zum Glück. Huh! Wieder geschafft. Bruder, das ist... No matter what. Do not go down there. I go? Ah! Aaaaah! Was ist dunkel? Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. Äh... 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 Vielen Dank.